so hallo zu zweien runde des corona turniers der levo gibt jetzt kurzen durch standen denis ist hat ein punkt ist vierter robin hat vier punkte weiter ich bin dritter mit fünf punkten paul natürlich erster mit sieben punkten krass also muss ich sagen da bin ich schon stolz wiederholen ich hab's nicht mit picker ja aber mir ist auch gerade gehangen ehrlich gesagt ja dann macht einfach auf replay ich sag's dir vor allem habe ich die aufnahmen gestartet erstmal noch mal gucken ja klar ich würde nie was falsch machen hey der ruby bei dem läuft schon mal jetzt zieh ich die goblins mann das mein freund da wollte mich verarscht was ich ziehe was soll ich jetzt nehmen ich habe schon tinker ich noch ein tinker und ich habe noch zwei eggs im ding dann kauf tinker doch einen tinker hast du schon hast du gar keinen tinker oder wie ich dumm ah doch da ich war aber hin ist auf dem feld ich will schon auch noch mal auf die ding taktik gehen org taktik aber ich ziehe halt nicht ich will schon auch noch mal auf die ding taktik gehen org taktik aber ich ziehe halt nicht ja gut ich spiel ich gehe auch das was ich hier gibt quasi und ich hab halt in der ersten rohne kein problem gezogen oder so und da hab ich halt zu juggernaut direkt gezogen was soll ich machen ich werde meiner großen zuschauer schafft auch eigentlich abwechslung bieten 3 schädel schermann direkt weg ja was soll ich machen 3 schädel schermann ja lass doch mal mal liegen wie wärs damit sag doch mal ja 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 hmm 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 haaa hehehe haaa hehehe wie drauf bewohnen an Minecraft chicken hehehe hehehe lebe bei Kelsey chicken hehehe das kenn ich von Ding ohne Scherz das ist ähm von Tekken von den Nickel Tekken? Chicken ja da gab's so'n so'n Spiel wo du auf der Straße warst und dann rumgelaufen bist und dann hast live abbekommen durch das Chicken live abbekommen durch das Chicken, Junge ist krass da hätt schon auf ein paar lebe hätt schon auf ein lebe zu verarschen ne ich verarsch den gar nicht hättest voll ernst oder? hehehe 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 ich hab schon wieder so random auf halt hehehe hehehe ich bin der schlechteste Aufsteller den es gibt Junge, 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 Junge da geht schon einer auf Gods der hätt schon eine 2er God buff müssen wir aufpassen ja richtig krass das Spiel du hast wahrscheinlich eine berühmte Dings-Taktik yeah aber diesmal mit einem Laiken anstatt dem Task ah ich muss direkt in den fucking hehehe ich hab nie recht gegen Händitz verloren also wenn du einen Laiken hast du wirst so einen hässler hehehe du wirst ein richtiger hässlicher guck mal wie hässlich du bist hehehe hässlich man ooi 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 засkritts los das würdest nicht zu viel machen echt sagen jetzt gehen wir von der kacke da hat der tasse auch direkt hoch hast du drei tasse gerade noch gezogen nee ich hatte zwei schon hey ich brauch die tasse Hör auf damit neee ich glaube ich darf nicht spielen I'm always waiting for a fight oh er konnte mit seiner krassen Gott-Taktik und mit fucking Timbers so alter und ich habe Timbers einfach den einzigsten Ulti-Typen von ihm habe ich einfach so einen fucking Frosch gemacht direkt nein Levo hat Justin Bieber besiegt der muss Diva halt sein Tillhead und er nennt ihn Biva ne ich geh auch hin das ist nicht würdig weiter zu wer rollt denn da so der Lige ist so stark am Anfang den hätte ich gern ja nein ich geh auf Biestär auf Flevo oh noch ein Level 2 alter was ist bei dir gerade los du ziehst ja alles hoch ja kann man so sagen jetzt bin ich grad zufrieden ja kann man so sagen ohne sich 3 Level 2 ja ich bin zufrieden ah wobei Schaden ist kann mich nicht beschweren euch ist besser als Schaden du weißt du nicht so egal was du aufstehst du würdest eh gewinnen außer gegen Ruki vielleicht Ruki könnte ich vielleicht besiegen aber nur wegen dem Sniper hat der nur ein Level 2 und 4 auf dem Feld also vergiss es ja ich spiel gegen Ruki ach ne ich spiel gegen Henne das ging eigentlich grad eben schon vorher und hat Enchantress hochgelevelt I got Enchantress ach ne die Wölfe hey vielleicht macht das Huhn ja keinen Schaden wenn es ein Huhn ist oder ah ne trotzdem ich hab den Biber auch zerstört ich bekomme hässliche Gegner hier oh Liken oh oh was ist denn da los hat auch noch den Kriegerbonus und ein Beast-Bodus trotzdem noch jep ich gönn's dir ja danke warum die die brauche ich ja nicht mehr den kann ich danach löschen die zwei also ich kaufe alles also auch Mages weil keiner geht eh auf Mages auch vielleicht geht irgendeiner auf Mages ok ein bisschen also eigentlich gar nicht oder geht jemand auf Mages dann kauf ich nämlich erst recht weg nein drei Raiders ich verliere gegen jeden von euch ich gewinn gegen jeden ah ne doch nicht gegen jeden hat sich erledigt aber doch ich gewinn gegen jeden Gegner hat es doch nicht erledigt aber gegen euch verliere ich also der Dennis ist stark dieser Dennis aber ich das sollte noch reichen jetzt ist er nämlich nur die Enchantress du Huren sie hält sich trotzdem hoch ja stimmt also gewinn tust du es nicht du Unschienen oh man Dennis wir haben Enchantress ulti komm schon ne ja super die tötet die nicht aha schon wieder du auch wie oft wurde es Kumpel Battle gewesen pff pff ja gehen wir auf lieber lieber auf Gold er schürfte das Gold jetzt haben wir genug ich könnte zwar zwei Viper kaufen aber aber tu ist ja nicht nötig gell ja ich weiß das sind zwei Viper das ist zu teuer dann ich hab meine Level 1er Brigade hier am Start die Level 1er Brigade also ja das kenn ich von der letzten Runde noch da gibt es heute rum hier da gibt es heute rum hier ah ich hätte jetzt Phantom gezogen das ist natürlich schade naja ja ich habe auch schon ein paar Assassinen gesehen ey hätte ich auch echt gehen können ich habe am Anfang halt keine gezogen die ersten zwei drei Runden ja was geht denn Paul jetzt eigentlich das ist so ne ganz blöde Mischung die ich auch hab ja Alter du bist ja der erste mit Winningstreaks sogar am Stessel wir gehen alle ziemlich aufs ähnliche ne Ding nicht oh Dennis Robin geht auch wie kann man einen fucking Charno 2 auf der Bank stehen lassen hab ich gerade erst gezogen und hat die Runde schon angefangen du hättest funktioniert das ist mich Alter wie ich gefickt werde von Levo ohne Witz ey 13 Schaden in Runde 9 erstmal kassieren das ist nice Dennis was denkst du eigentlich dass du auf einmal krass bist Alter mit der komischen Taktik die du dir abfotografiert hast hä? ja ja das ist wie ein ganz anderes das ist wie ein ganz anderes du spaßt alter was ist so ich muss ihm als Fenster zu machen ich würd's ja richtig kühl du richtig richtig kühl ey kühl alter also ich würd jetzt n Lone Drill John feiern also ist das zu viel verlangen ja ein bisschen ich würd ein Level 2 er feiern ich glaub ich geh jetzt einfach 9er Warrior einfach nur abzufucken. Mach's nicht, die wurden schlechter gemacht. Ohne Scherz, habe ich gelesen. Was geht da? Du kannst lesen. Ich hab, das war echt in den Updates drin. Dann geh ich elfen. Mach's nicht, das ist ein Fehler. Das kann ich dir sagen, ohne dass ich die Updates lese. Warum? Weil die scheiße sind. Ich zieh die so gut grad. Du hast, oh ja, du hast echt schon Templer und so. Oh, Venomancer. Ach, echt, oder? Weißt du, guck mal Leo den scheiß Stride an. Wir kaufen extra nicht seine Taktik weg. Guck mal seine Bank an, man. Hat er alles weggegangen? Ja, alles was ich brauch. Na gut, da geht ja auch das gleiche quasi, oder? Kannst du mir nicht erzählen, dass Lebe auf Elfen geht? Ja gut, der Bonner fährt ja nur ein Fertanusdorfer. Ich tue jetzt eh den Löschen wahrscheinlich, den, wie ein Furion. Die Furie, ja? Den krassesten Elf. Auf dem du sprichst, du hast richtig böse. Du hast ja schon die gezogen. Deswegen denk ich ja, dass ich auf 9-0-Warrior gehe. Du hast den Wigonen genervt. Ja. Hast du das gewusst? Ja. Ich würde ja schon gerne verlieren die Runde, ehrlich gesagt. Jetzt mach ich meine... Die gewinnt du sogar. Ja, ich weiß. Aber jetzt hab ich... Ich hab eben einen Losingstreak am Start. Aber unentschieden mich auf keinen Fall. Dann killt die lieber die scheißen Chargers. Altes läuft, Lichen of 2. Was ist denn da los? Widerlich. Das ist bestimmt für ein egelhafter, ja. Ey. Was ist denn das jetzt grad, alter? Ganz ehrlich, Shadow Shaman... Ich muss den echt bald schon austauschen mit Venomancer. Weil da kann ich die Crone drauf machen. Das fett schon. Shadow Shaman brauche ich grad gar nicht. Gut, dann mach ihn doch weg. Aber die Taktik ist halt viel besser. Die Taktik, wo ich jetzt fahre, ist halt keine Game Winning Taktik. Ja, meine auch nicht. Ich hab grad eben nur 2 da gewonnen, die Runde davor. Der Robin ist schon so stark. Der hat zu viel Level 2, ja, der Robin. Aber Levo, sein Scheiß... Alter, Robin, besiegt mich! Alter! Und ist auf Level 5. Ey, willst du nicht mal ableveln? Das ist schön Robin. Danke. Ey, nicht gegen Robin, ey. Gegen Dennis wär nett. Kann ich mir Geld... Soll das heißt, dass ich schlecht bin? Nein, das soll heißen, dass ich denke... 3 Bitches! Your Money! Ach, 10% Taxi. Gott, ihr glaubt mir nie, was ich grad gezogen hab. 3 Venomans. In einer Wunde. Neee! Doch! Haha, jetzt noch! Ja, ich brauch grad. Nein, kauf sie nicht! Ich brauch die! Ich brauch die! Ich brauch die! Ja, hast du jetzt gelockt dafür, oder wie? Ja. Du löscht doch einfach den Ogre und kaufst ihn dreimal. Oder fühlst du den Ogre. Moment mal! Denkst du krass mit der Taktik, wo du erfährst, oder? Denk krass. Jetzt kannst du ihn dreimal kaufen schon. Die verwandeln sich automatisch. Robin. Wie er will, dass er sie kauft, damit ich sie nicht merke. Ja ne, ich wollte nur, dass er halt checkt, dass er sie nicht locken muss dafür. Und ich gönne's dir nicht. Juhu. 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 Ja, wenigstens was, ehrlich. So bin ich mit dir. Irren, Mann. Ich bin richtiger, Alter. Irren. Mann! Ich bin ein richtiges Ehrenmännchen. Hier is passing your eye. Ich kann ihn nicht runter... Ah, ne, muss ich auch gar nicht. Doch, muss ich. Also, ich hab so wenig Gold, ey, meine economy ist Müller, aber ich ziehe auf die ganze du geile Scheiße. Ach ne, ich bin schon gegen Levo, ey. Das will doch keiner. Super Faulk 2 ist halt auch nice. Komm, Doom-liken, Doom-liken. Der jetzt doomte den Task, der eh schon hunig ist. Was ist denn das für ein Quatsch? Hab ich gewinnt, glaube ich. Ja. Wölfe, wie stell ich gegen Wölfe auf? Nein, das ist ja auch stark, ey. Aber ich fick ihn halt trotzdem, Lull. Ja, mit Venoment so zwei auf eine Runde. Dann hab ich noch gar nicht drauf stehen. Dann hab ich noch gar nicht drauf stehen. Ich muss erst mal ein bisschen Kohle sammeln, ne? Ich hab kein Geld. Oh, G-T-Kohle. Danke sehr. Jetzt nur noch was deinem Feld gegen dich, damit ich die Wenigstupe das nebeln kann. Ja gut, die ist eh nicht so teuer. Ja gut, dann kann ich sie ja bekommen, oder? Ja, schmier ich wurscht. Wölfe, wie stell ich gegen Wölfe auf? Ein bisschen so, dass deine Einheiten, die schwach sind, hinten vorne stehen und hinten dann deine starken halt. Danke. Keine schwachen Einheiten. Ja doch. Dein Mars muss auf jeden Fall hinten stehen und dein Sniper muss ganz vorne stehen. Was? Ja. Der Hunter? Ja, stell mir jetzt vor. Alter, bist du dumm. Nein, Spaß. Und der Sandili. Ah, so springen die. Ja, wie hast du das? Genau. Da gibt's wieder Geld. Alter, ich hab nen Ding bekommen. Ne Mango. Nicht Lacken. Ohne Mango. Gib mir mal, Ne Mango. Ich hab Talisman auf die Welt. Ich kann der. Talisman? Wir passieren. Talisman ist ein krasser Typ, hab ich gehört. Okay. Ich hab das Brotschwert gezogen. Was? Ich hab zwei Free Rolls bekommen. Ich hab also den Einheit gelöscht, das war auch stark. Bockstark, ohne Witz. Hoffentlich keine wichtige. Ja, Ex Level 1, aber gut, ich hab jetzt keinen Ex mehr. Also, so geil ist es nicht, ehrlich gesagt. Ich wollte eigentlich nur Moven. Naja, vielleicht komm ich dadurch auf 50 Gold, dann was wenigstens irgendwie sinnvoll. Ja, ich komm dadurch auf 50 Gold, dann hat es wenigstens gelohnt. Alter, sein Mars lebt auch ewig gefühlt, ey. Paul ist aber auch stark, ey. Sein Ding auf Level 2 ist auch eklig, da irgendwie. Ich mein Chagganaut? Chagganaut, ja. Ja, ich mach... Chagganaut mach ich immer gerne tanky. Oh, Doom. Alter, zieht der einfach schon in Doom so early. Ich kann ja nur. Also, das war's denn mit dir Bounty. Du hast nämlich gar keinen Sinn hier. Und du kostest, kostest nur unnötig. Ich fühl mich so richtig wohl in meinem 1 Level 2er. Was baut man denn mit Dinger Mechs? Ja, du brauchst halt Goblins und Mechs. Gut, dass ich keine Goblins ziehe, also die Mechs ist, ne? Ja. Oh, Sven gibt's. Die meisten Kommen sind auch nix. Es gibt ja schon Snapfail und Bounty hat er meine. Ich bringe so Wii-Ros, die du benutzen kannst, gell? Theoretisch. Alter, ich werd besiegt. Von Justin Bieber. Justin! Das ist auch ein Corona-Quarantäne, Alter. Echt jetzt? Ach komm, Dennis. Ja, anscheinend, so spielt der grad. Sonst wird der grad ein Konzert geben. Oh Gott. Alter, komm, ich kill den nicht, weil der fucking Elfen-Bonus hat. Der macht einfach keinen Schaden, der trifft den einfach nicht. Elfen sind so kacke. Die sind voll stark. Ich hab immer an Elfen geglaubt. Von Stroke. Ich will den welchen nicht mehr spielen. Brauch ich den? Ist die Frage gesorgt. Eigard Elfen. Alter, lieber schon auf Level 8. Na, den brauch ich nicht. Den hast du gelöscht. Krimp-Struck. Alter, der wollte mir Krimp-Struck wegkaufen. Ich glaub's nicht. Ja, weil ich selber vielleicht da drauf geh, aber ich zieh ja eh keine Troll-Wallout und so. Und noch nicht mal gesehen. Noch nicht mal gesehen? Das hat mich gelaschen bei deinem Krimp. Hast du noch keinen Troll-Wallout gesehen? Ja, du hast ihn schon. Ach, jetzt krieg ich deinen Winning-Streak nicht, weil ich erst bis jetzt gegen dich gewinne, ey. Obwohl ich nur ein Level 2 habe. Obwohl ich überhaupt gegen mich gewinne. Ach, ich hab zwei Level 2, das stimmt. Ach nee, komm. Komm, komm. Der Sniper kann nix. Der kann nix. Der kann nix. Der Sniper kann nix. Oh, lol. Damit kann ich leben. Oh. Oh, Doom auf zwei. Ja, gut. Ich hab noch keinen Troll-Wallout gezogen, aber Doom auf zwei. Oh Gott. Ja, bitte. Oh. Oh, scheinlich. Ne, komm. Ist schon der sechste Biest. Ach nee, spiel ich gegen Robin. Nee, spiel ich gegen Levo. Der hat nur Level 2er, der Robin. Oh, der Levo fickt mich halt trotzdem mit seinem Doom, Alter. Nehmen wir seinen Doom und schalten jetzt einfach. Bam, wenn er erstmal die nächsten 20 Runden oder so. Ohne Witz. Los, Venomance. Spawn mehr. Ja. Spawn mehr. Alter. Die stirbt nicht. Ja, jetzt auch. Das machen wir auch. Ciao, Shadow-Shaman. Hey, mein Shadow-Shaman ist frei. Geil, ja. Ja, ich habe jetzt einen 4er Beast-Bonus. Warum soll ich so eine Taktik forcen? Nur weil sie gewinnt. Mein Gott, warum? So habe ich wenigstens ein bisschen Spaß. Was soll das jetzt heißen? Ja, keine Ahnung. Die andere gewinnt safe. Wie, die gewinnt safe? Ich habe gerade eben damit verloren. Ich wollte gerade nur 2er mit der Taktik. Ja, ich gewinne mit der Taktik niemals. Aber Top 3 dürfte es jetzt her. Das ist gerade der erste Partner, der wir mal schon leben. Was krass. Conny am Start. Top 3 ist schon wirklich. Ja, möglich ist es. Wahrscheinlich, aber ich könnte es schaffen. Ja, gut. Es kommt auch auf die Level 5er dann an. Ja, klar. Crown. Einfach kein Schaden, Alter. Das war auch schon ein Schaden. Nein, das soll nicht heißen, dass du keinen Spaß hast. Du hast es falsch verstanden. Das war schon richtig verstanden, mein Freund. Ja, ich wollte gerade sagen. Das war schon richtig verstanden. Ich glaube nicht. Ich habe einen Wolf in Men's Clothing. Okay. Dann nicht. 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 Dann. Das könnt sein. Ich habe noch 14 Schaden bekommen. Die meisten sind Level 8 schon. Also ich verliere auf Beaver sein Feld, auf den Letzten sein Feld. Ok, die Runde fliege ich stabil als läufst du raus. Leck mich am Arsch, was für Einruhe. Ich habe Rolls. Ähm, jetzt darf man keinen Fehler machen. Mach doch mal einen Fehler bitte. Nein, machen wir nicht. Oh doch, ist passiert. Aber ist nur ein Mars gestorben dabei. Ne, mach ich nicht. Solang es nur ein Mars ist, ist alles. Ja, es war einfach trotzdem lustig, wenn du das gesagt hast. Oh, Dennis nimmt mich richtig aus der Wand da. Ja, Paul, danke für elf Schaden. Ach man, hier hole ich doch Müll halt, ich hab nur Scheiß gezogen. Ja, du hast vor die geilen Dinger gezogen. Am Anfang, aber jetzt sehe ich nichts mehr, gar nichts. Ich dann hätte special zu Ende spielen müssen einfach. Ich bekomme ein Messer der Tod für meine Schaden. Sympathisch, man kann sich nicht unterhalten. Was hast du denn? Ähm... Ja, ja, Schatzi. Nehm ich diesen Orangentee. Ich muss auch keinen Orangentee haben, hätte ich gesagt. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich deine Mission. Ich hab auch schon keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich stehe eklig und fick meine ganze Deck. Ja, das sieht mir... Das sieht mir auch irgendwie aus nach... Sechser Elfen, Vierer Beast und ne Coop. Ja, Dennis hat es einfach Höse. Oder mach's? Ich geh mal Null. Nebenbei auf Demons gehen. Dann nehm ich's besiegen. Well... Svenisch on the row. Eigentlich brauche ich den Scheiß Mars jetzt doch nicht. Mars. Nerv. Ist doch der eine oder der Mars. Der, wo momentan so viel mit Corona zu tun hat. Ne, das ist Mert. Was für Mert, Alter? Das ist Mert, Alter. Der geht nicht. Ich muss halt echt noch Mars ziehen. Oder Mars. Ah, ne, nicht Mars. Der Mert. I got Mars. Oh, ich spieg gegen den Robox. Oh, ich bin jetzt tot. Hauptsache, Hannes hat krass schon Coop. Oh, und Terrorblade konnte sich nicht mal ver... Ich bin raus. Ich geh. Oder ein ganzes Gold weg, damit es keiner bekommt. Geil, Alter. Gold. Geil. Ich hab drei Stück nur bekommen, was noch in der Scheiß ist. Und ich verliere voll. Danke, Hannes. Gern. I got Hannes. Ich bin voll am Umweilen grad. Echt? Das rasch dir grad aus, oder? Das ist ein dummes Spiel, ey. Ich glaub, das scheint vorher aus dem Turnier aus, wahrscheinlich. Ich mach das Turnier nicht weiter. Vor allem. Er sagt grad. Immer die gleiche Scheiße spielen, damit man gewinnt. Wen meinst du dann? Also es gewinnt. Hm. Ich mein niemand damit. Ich mein, du kannst Xanderisch spielen. Ja doch, kannst. Natürlich, du kannst alle spielen. Du kannst Hunter spielen, du kannst Scott spielen, du kannst das, was ich grad spielen. Und Assassinen sind auch extrem stark. Also ich hab nicht vorher jetzt alle Runden das zu spielen. Du hast einfach nur schlecht gezogen. Schlecht gespielt. Ich hab schon mal mein F-Cand, oder? Ich hab schon mal gedacht, warum ich nur gebast bin. Ich hab schon mal meine F-Cand. Ich hab schon genommen. Ich hab schon gespielt. Ich hab schon mal die F-Cand. Ich hab keine F-Cand. Das war dumm. Naja, egal. Weil du scheiße, dumm und hässlich bist. Ich spiel gegen Imbalanced. Uh, das hat einer die Kopp, das hat dich belastet. Wer hat die? Hey, es ist mir. Echt jetzt? Ja. Aber du bist nicht auf Assassinen, oder? Nein, nein. Ich hab den 3er-Buff drin, aber... Back of Coins. Wieso bist du ein Back of Coins eigentlich? Ich hab ne Winning Streak geklaut. Ich kann nie ne Winning Streak klauen diesmal. Oh, ich hab auch ne Quop. Das ist nice, wenn man auf Demons geht, glaubt. Und da leveln wir direkt auf 10. Du legst auch grad auf 10 zu gehen, damit ich... Ja, wobei, da müsst ihr die Corporate stellen, ist auch scheiße. Ich bin nicht mehr drauf. Und was ist hennes? Was ist hennes denn? Oh. Oh, da geht einer krass gut auf Assassinen. Mhm. Mhm. Dieser GG. Alter, ich glaub dem sein Name ist Programm, aber der ist schon nicht mal level 9, deswegen können wir ihn raus und vor die Cops sieht theoretisch. Ich muss mich jetzt so sparen. Vielleicht ist der Grimstroke auch jemand für die Zukunft? Ste- Ha, Grimstroke jetzt besser als Venomance ist die Frage. Auf den Beast Bonus verzichten. Ja, würd ich safe machen. Hab ich. Hab ich auch grad. Ja, okay, mach ich gleich. Ich kann's mir ja dann auch anschauen, welche Auswirkungen das hat. Hat der doch auch in den Korb gezogen oder wie? Ja. Das ist krass. Triple kill. Triple kill. Ja, ich mach aber nicht für den Venomance. Mach mal für Enchantress. Gehen wir mal. Enchantress ist eine Huah. Hm. Ja, komm. Ich glaub das schon besser. Momentan. Alter, wie wir alle ja oben sind. Alter, ohne Witz. Oh, Paul hat seine Taktik voll, glaub ich. Der hatte ich vorher auch schon voll. Aber glaub ich ging nicht verloren auf deinem Feld. Dann war das mit dem Vierer-Biest wahrscheinlich besser. Ich probier's nochmal. Haska. Okay. Haska ist gut. Haska, Haska, Haska. Hast du dir den Haska weggekauft oder wie? Ja, ganz ehrlich. Ja, ganz ehrlich, den kann ich selber für zum Beispiel Task oder so verwenden. Mal gucken. Hm. Ich find's schon frech. Hm. Ich find's schon frech. Ich hoffe, dass 6.11 besser ist. Was heißt was? Vierer-Biest. Ich halte brutal lange aus, aber mir fehlte die Damage. Ja, vielleicht krieg ich ja noch den dritten. Nichts, ich weiß nicht, wie ist es hier? Ich bekomme die Schäden. Und mein Schäden. Ja. 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 Ich zieh halt kein Venomance auf Ich muss den Lone Root endlich mal rausstellen Aber der DG ist krass mit seinen Assassins Ja ich krieg jetzt auch wahrscheinlich von dem auf den Sack Nice, dritter sogar Boah wieviel altes Paul bekommen hat Also auf sein Feld hab ich gewonnen und auf mein Feld Naja Oh ja Weißt du, dass ich kein Sven zieh ich auch ne freche Ein Aua Einundzwanzig Schaden Paul Ich zieh auch keine dritte Korb weißt Ich hab zwei Korbs gezogen Nein Es kommt einfach keiner mehr Das ist Wahnsinn Ähm Okay passt Jetzt geh ich halt weg von dem Biest Ist halt so Ich hab gegen Lebo gewonnen Ich hab gegen Lebo gewonnen Ja Sven fehlt Sven Endlich So Du brauch ich nicht Du brauch ich auch nicht Du brauch ich auch nicht Du brauch ich auch nicht So der Demons ey Alter, ich bin hier voll. Oh, endlich habe ich einen Auf-Zweiten-Londred. Hm. Alter, das ist schon ein ewiges Battle-Schul wieder hier ohne Witz. Buh. Oh nein, gegen Paul, komm schon, bitte, diesmal keine 21 Schaden. Das wäre ganz cool. Das sieht mir aber ganz nach 21 Schaden aus. Yummy. Hast du eigentlich hier Buffs, Leo? Ja, das gewinne ich nicht. Da korte ich ja wieder. Hä? Hit. Ja, das ist Terroblatt 2, zwei Stück. E-Klick. Ja, was soll ich großartig tun? Das ist halt die Frage. Der ist ja immer die Frage, woran hast du gelegen? Warte mal, Biest. Ja, ich muss ihn drauf stellen. Oh, der Paul, ey. Ja, der Paul holt die Runde, glaube ich. Safe. Wie macht er sowas? Oh, du bist ein Gott in diesem Spiel. Nee. Hm, ich schätze, ich bin da. Was war das für eine Explosion am Anfang? Das ist von Sven. Der macht seine Ulti und alle seine Diebens werden noch mal um einige stärker. Ja, hat sie ja gebracht. Stabile Ulti. Die Strong shall eat the... Why doesn't anybody like me? Schade. Die Strong shall eat the weak. Die Strong shall eat the weak. Die Strong is an old friend. Ja, GG. GG. Alter, krass. Ich hätte sogar ein Ding noch hoch bekommen mit Zeit. Trollwollert. Ähm, dann... Wieviel bist du geworden, Dennis? Dennis ist dritter. Ich sehen wir es nochmal. Dennis ist dritter. Der bekommt... 6 Punkte. 6, ich 7. Ja, da bin ich schon bei der Siebel. Ja, nice. Stark auf meine Position angenommen.